Hier sehen Sie den Echtfleisch. Hier ist der Google Pool. Hier ist der Magic Pool. Hier das Hauptrestaurant. Hier unten ist die spezielle Gemüse daraus. Und hier kann man dann davor in der Prognabel zum Strand laufen. Super schön, der ist schmal nach hinten. Und hier hat man dann die Umwendungen. Wir haben teilweise sogar direkt im Boot zu bleiben. Das finde ich halt raumhaft schon. Wenn man dann bald wohnt, kann man direkt in den Boot gehen. Und hier haben wir eine Dachwohnung.